In diesem kurzen Vorstellungsvideo möchte ich euch nur auf unseren neuen Sims-Podcast aufmerksam machen, den ich gemeinsam mit Micha von simtimes.de gestartet habe. Bei Sim Gehört quatschen wir über die neuesten Packs, diskutieren über neue Features und die simlische Community. Die erste Folge dreht sich alleine um die neue Nachhaltig-Leben-Erweiterung und das bevorstehende Update. Den Podcast findet ihr bereits jetzt auf Spotify und Soundcloud und demnächst auch bei Apple Music und wird ungefähr alle zwei Wochen frisch erscheinen. Wir würden uns auf jeden Fall über euren Besuch und Feedback freuen. Die Links zu den verschiedenen Plattformen sind auch nochmal in der Beschreibung aufgelistet. Sim Gehört, dein The Sims Podcast.